Wir wandern heute durch das lange Boot bei Wolfhagen-Eppinghausen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vorbei an der Hasenmühle Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Tompfaffweibchen knabbert Birkenknospen. Untertitelung des ZDF, 2020 Insekten sucht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein seltenes Phänomen ist das Haar oder Bolleis, es entsteht nur an Totholz, das von einem Pilz besiedelt ist. Musik Das Immergrün Winkermeiner ist eine archäologische Zeigerpflanze. Sie wächst häufig in der Nähe alter Siedlungen und Burgen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Ameisen halten noch Winterschlaf, für sie muss es noch wärmer werden. So schön können Baumpilze sein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Urige alte Eichen Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wildrinder genießen die Frühjahrssonne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schneeglöckchen und Wildkrokusse künden vom nahen Frühling. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020